Der Klimabonus? Ja, habe ich gehört, den gibt es. 500 Euro kriegt jeder. Braucht nicht jeder. Braucht nicht jeder, kriegt es trotzdem. Und jetzt geht es darum, dass die, die es nicht brauchen, die 500 Euro auch spenden könnten, denen, die es brauchen können. Sehr sinnvoll. Jetzt müssen wir motivieren. Bitte machen Sie das. Bitte machen Sie das ein bisschen. Spenden. Spenden. Brauche ich das? Oder Caritas. Siehste? Geht doch. Jetzt Klimabonus spenden und Familien helfen. Ja, wenn ich zu best Sadden bin.